Die Echididen waren eine türkisch-stämmige Dynastie im frühislamischen Ägypten. Sie regierten das Land von 935 bis 969. Liste der Echididen-Herrscher Abu Bakr Mohammed ibn Tutsch al-Echid, Abu el-Kasim Unutcha ibn Muhammad, Abu el-Hasan Ali ibn Muhammad, Abu el-Miskafur, Abu el-Fawaris Ahmad ibn Ali. Der Echid Mohammed ibn Tutsch wurde vom Kalifen 930 zum Stadthalter in Syrien und 933 in Ägypten eingesetzt. Trotz der starken Machtposition erkannte er die Oberhoheit der Abbasiden weiter an. Allerdings musste er seine Herrschaft gegen die Angriffe der Fatimiden aus Ifriqia und Aufstände von Schiiten im Inneren verteidigen. Für die Nachfolger Mohammeds errang der schwarze Eunuch-Kafur die Regentschaft und konnte 966 auch seine Anerkennung als Stadthalter durch den Kalifen erreichen. Er war ein großer Förderer von Kunst und Wissenschaft. Allerdings gelang es den Fatimiden schon unter dem Echididen-Herrscher Abu el-Fawaris Ägypten 969 zu erobern und die Dynastie zu stürzen. Allerdings gelang es den Fatimiden-Herrscher Abu el-Fawaris Ägypten 969 zu erobern und die Dynastie 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 zu erobern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017